Das ist Lara. Lara macht Praktikum beim Filmfest. Und das ist die neue App vom Filmfest. Und Lara, stellt euch die jetzt mal vor. Wenn ihr die App öffnet, habt ihr die Startseite. Ihr könnt euch hier unter alle Orte raussuchen, bei welchen Veranstaltungsstätten was läuft. Des Weiteren könnt ihr auch einfach auf Suche gehen und euch die Filme raussuchen, die euch am meisten interessieren. Alles, was ihr möchtet, könnt ihr in dieser App machen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch die jetzt runterladen für Android und iOS. Vielen Dank.